okay ich habe ganz vergessen bei der ganzen umstelle rein streammarker setzen ich das nachher aufschneiden kann aber so muss okay denn ich bin dann einfach die So, mehr oder weniger. Hm, jetzt weiß ich nicht, was mit dem ist. Oh, heute ist doch auch Glück ab. Oh, verpasst? Ja, die sind natürlich jetzt alle im Bett, ne, ja. Wettelkampf. Dang. Ärgerlich, eigentlich wollte ich mit ihm da mitmachen. Hm. Hm. Okay. Hm. Hm. Player, Buffer Scrubber. Oh, das klingt doch eigentlich ganz gut. Und da habe ich schon noch gesagt, okay. So. Ist er noch da. Ah. So. Hm. Pi wohl. Ist das Ganze mal Pi? Hm. Hm. Okay, der ist einfach rausgedehnst und... Recap. Was hast du damit? Oh, das hatte ich auch. Release und... Camp. Standalone. Ist das nicht Regate? Nee. Upsa. Boat Troll könnte ich auch mal eine Runde spielen. Erstmal wollte ich gerade gucken. Yes. Bitte. Der Hammer ist, wir sind gerade so die Distanz auseinander, die man haben darf. Deswegen ist das... Interessant. Naja. Aber das ist doch das... Raka. Das ist genauso wie das Regate. Hm. Das ist... ein Programm. Mir Pionsillyare. H-Mگ. In Grazheim. Annenreise. Pro-K prosperity- wheat, dry, length, feed, low pass filter, high pass filter, we- SUV吧. Volume. Wut? Wet and dry. Huh, stimmt aber. Wet and dry. Re-end, re-stream. Receive audio, send. Hm. Hm, 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 hm. Settings. Research. Um. 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 ist sehr interessant okay ja ansonsten kurz aufs klo und dann kommen wir wieder an das spiel noch mal trol und elf Vielen Dank. Okay. Don't risk losing MMR. Das sind Aussagen. Na gut. Kann man nicht... Runter. Runter to time. Standard. Any. Na ja, gehen wir mal Any. Wer will denn nur auf Winter spielen, hä? Wer will denn nur auf Winter spielen? Hm. Whatever, wir sind zehn Leute. Sollte schon mal klappen. Hm. Any Map. Ich meine, es sind ja nur... Map. Keine ausgewählte, hä? Und wieder mal muss man eine halbe Ewigkeit warten, bis alle ready sind. Je nachdem welcher Server. Naja. Aber. Sollte noch zu sagen, ne? Ich weiß. ich weiß nicht, worum ich hin will. Ah, das hier war ganz gut. Der, der ist ganz cool. So. Ah, abbrechen. Und am besten gerade schon upgraden. Okay, die zwei. Hm. Ich habe mich zusammengeschlossen. Vielleicht habe ich Glück. Und... Oh, shit. Oh, shit. Uhhhhhhhhh. Ich kann quasi hier schon mal rüber gehen und mir hier mein nächstes Camp aufbauen. Ah, Trotteszimmer. Okay. Dann baue ich das aus. Dann baue ich schon mal hier. Und... Ah, ja. Ah, so. Trader. Trader und 200. Was spackt der denn ab? Going to advise him. Fuck off. Greater 10. 400. Ach, ich hätte nicht den Tower upgraden sollen. Und... Ichuçte mich nicht. Es ist gut. Ich werde was spackt. Ich weiß nicht. Ich will hier nachdem. Was spackt der denn? Ich weiß nicht, was siehst du denn? Ich verstehe, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was siehst du denn? Keine Arme. Machen wir mal das. Dann warten wir auf die 800. Oh, shit. Ich brauche die blöde Kuh. Man muss sicherstellen, dass die ziemlich alleine steht. Hm. Viel habe ich. Gut. Gut. Ähm. 32, ja. Teuer. Aber. Bis ich auf 32 bin. Habe ich eine starke Verteidigung. Okay. Nee, ich bin nur Gold für alles. So, jetzt aber. Ich könnte auch einfach warten, bis ich hier habe. Naja, der ist natürlich weiter als ich. Investitionen in die Zukunft. Ach wohl, 32 habe ich gleich. So. 64. Ja, die anderen sind viel effizienter als ich, das weiß ich auch. So, hat es zwar, wir sind jetzt, wo, 500, 1000, 1500 brauche ich nur für das Update. Ähm. Das Nächste wäre natürlich das ganz optimal. Der hat natürlich... Der hat natürlich... Oh, shit. Ja, das gefällt dir nicht. Das dachte ich mir schon. Haha. Das dachte ich mir schon, dass der da keinen Bock drauf hat. Und wenn ich da noch eine Runde... Ja, um upgraden. Repariert euer Zeug. Und dann... Ach, der Troll ist doof. Der ist echt doof. Äh. 248, gut. Gehen wir hier hin. Haben wir mehr davon. 64, ja. 1600. Okay. Da hat einer was vor. Nach Lumber. Und ich dachte... 250. So ein Harsch. So weit bin ich teilweise noch nicht gekommen. Weil der Troll vorher gestorben ist oder ich vorher ab ausradiert wurde. Doch ich glaube einmal... Was habe ich gesagt? 25... Oder sowas. Was brauche ich als Voraussetzung? Demonic Wall. Ähm. Also. 500. 1000. 3000. Pro Update. Ich will sehen, wie der die alle auf einmal update ist. Das wäre was. 4.000. Und 32. Hm. Noch nicht. Nein! Ah, scheiße. Hm. Du bist... Demonic Wall 1. Dammit. Price below. Oder war... Hm. 100. Ich brauche 128. Und... 3.200. Das könnte fast hinkommen. Nicht ganz. 4.000. Sondern damit kann ich jetzt... Hm. Ich bin jetzt schon bei 5. 4.000. Oh, 2. Nehme mal hier den. Ich schicke den da hin. Hm. Das ist nicht wunderbar. 8.000 brauche ich. Und... 64. Aber die habe ich ja schnell zusammen. Das hat sich das Geld immer noch das Problem. Oh, ja. Habt ihr schon. So. Du mein Freund wirst jetzt... Gleich dann... Entsprechend Zeit ist... Umgewandelt. 256. Am Arsch. Nix der Sonne. 246. Komm schon. Das sollte doch... Da. Genau. Ich bin jetzt schon bei 1.000. Leck mich am Arsch. Demonic Wall 3. Weißt du was? Trader 3. Okay. Ich brauche allein dafür schon... Ja, ne Menge. Warum nicht? 16.108. Ich bin aber schon bei 12.000. Und dann kann ich das schon mal setzen. Und... Und... 128 mehr fehlt. Nicht genug Gold. Aber gleich. So. Verbiote Manipall. 32.200. Hm. Wow. Der hat ja auf einmal aufgerüstet. Welche Stufe sind die? Tower 2. Ich bin bei Tower 7. Meinetwegen. Ich habe genug Gold. Tatsächlich ist mein... Oh. Und 500. Okay. Jetzt habe ich nicht genug Lamber. Ähm... Gehe ich nochmal für so einen. Hier. Nichts auf den Baum. Ich gehe noch Lamber. Aber da kommt jetzt dazu. 21.108. Aber da brauche ich ja auch wieder Lamber. Hm. Komm hier. Dann hole ich mir mal einen teuren. Gehe ich hier auf den schönen großen Baum rauf. Dann kommt mir der Lamber bald zu den Ohren raus. Aber das Gute ist, damit kann ich dann mit dem Whispier für... Wenn ich 1000 davon habe. Jetzt kriege ich 1000, die... Barak 3. Was? Barak 3 ist das meiste, was du haben kannst. Okay. Dann, ähm... Würde ich mal behaupten... Lamber you go. Ah... Ah... Den kannst du nicht mehr... Und, äh... Ah... 64 raus. Ist jetzt nicht verkehrt. 30.000... Dann... Weiß ich nicht. Jetzt ist so der Zeitpunkt, wo ich nicht mehr weiß, was ich machen soll. Ich mein, ich könnte... Ich könnte... Der... Oh ja. Ich kann den bauen. Tinker hat er auch schon gebaut. Äh... Oh, ich könnte meine Wand noch upgraden. Ich bin bei Tower 8. So... Oh... What? Oh okay, da ist noch Kohle. Oh... 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 Ich auch. Schick. Ah... Oh... Hahahaha... 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 Der ist ja echt... Jetzt kann ich... Hier hingehen... Und die... Ah, die kann ich dann direkt zum... Hm. Was sind wir denn hier? Gleich haben wir 80.000. Warte, da hatte ich nicht noch einen Wisp? 1.600. Ich brauch jetzt 4.000 dafür. Okay. Nicht mehr so einen, wo ist der da hin? Dann kann ich die Kleinen irgendwann abtöten, wenn ich nicht mehr, wenn ich noch Bäume hab. Ähm. 5.36. 3.000. Oh ja, jetzt haben wir es gleich. 4.000. Here we go. Oh. 4. Alles Mine 4. Alles Mine 4. Oh shit. 65. 70. Ich meine, nichts ist... Ob ich so lange warten will. Aber ich meine... Top-Left ist ein Venomentor. Oh. Oh. Oh, okay. Update auf Venomentor. In der Zwischenzeit kann ich mit dem ja mit meinen 6.000... Ach, scheiße. Hm. Oh, okay. Oh, okay. So weit, so gut. Ähm. Winter, two point. Winter, two point. Winter zweifach. Das heißt, was? Double Gathering, oder was? Was ist mit meinem guten Kumpo hier? Demo Hero, Pango. What? Okay. Hm. Ist mir eigentlich egal, in welchen... Na, für Spiele. Wenn man weiß, wie man es aufbaut, dann kriegt man ganz schnell ganz viel. Aber selbst wenn nicht, ähm, schnell mal 6, 7 Türme hingestellt, ist wahrscheinlich kein Fehler. Hm. Gut, dass das hier funktioniert. Im Spiel funktioniert das leider nicht. Hm. Ich verstehe. Ich weiß. Ich weiß. Ernst? Oh Gott, das geht echt, Leute. Blackout-Tattoo über die Brust einer Frau. Ein, quasi ein Blackout-Tattoo-BH. Schon wieder Winter zweifach. Oh, der Gathering. Okay. So. Ich will hier hin und ich baue da meinen ersten Dings hin, weil ich hier genug Platz hab für alles. Ist eigentlich ein Platz für zwei, aber... Ich hab mich erst hier oben hinstellen sollen. Rock 4. Ups. Oh. Okay. Hm. Ich nehme Gold. Ja, da war er. Wahrscheinlich ein bisschen schlauer erstmal keine Tower zu bauen, aber bevor ich da stehe und ich habe nichts, warte ich lieber einen Moment. Gut. Dann brauche ich den nächsten Rock dafür. Ich brauche... Nein, Trader brauche ich. Und den kann ich ganz bequem hier hinstellen. Achso, das lässt man nicht. Hm. Nur ein Trader und 200. Der eine schickt dem anderen all sein Gold. Die schicken sich Gold hin und her. Na ja. Das ist eine Taktik. Dann geht der eine hin und baut sich schon mal... Mit dem Gold baut sich auf und der andere zieht danach. Auch interessant. Auch interessant. Ultra Wall. Break to Rock 5. Ultra Wall haben wir hier. Okay. 400. Da ist der Troll. Da ist der Troll. Hm. Oder wer hat denn jetzt schon Lumber? Oh, I guess... Du könntest schon. Ich brauche Trader 2. Theoretisch könntest du schon Lumber haben. Tatsächlich. Boah. Das sind diese... Ultraschnellen Bauer. Die äh... 32 haben. What the heck? 800. Komm. Gib mir die 1000. Gib mir die 1000. Ich denke mal, der wird trotzdem da rauskommen. Ja. So. Dann ist ja nochmal. Nochmal 1000. Die volle Lumber Produktion. 832. Selten Lumber. Okay. Ich brauche Ultrawall 4. Ich brauche Ultrawall 4. 632. Hm. Hm. Gott, das ist ja schon wieder... Was waren das? 3000? Ja. Speedbauer. Ja. 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 3000. Ah. Scheiß drauf. Lumber Produktion. Hm. Oh. Jetzt... Jetzt habe ich nicht genug gehabt. Okay. Demonic Wall. Er wird schon alles mögliche haben. Tonic Wall. 4032. Hm. Genug Lamber geht's. Das brauche ich dich. 128. Und 3200. Da kann ich auch wieder... Dings verbrauchen. 3200. 128. Oh. Das könnte... Naja. Fast. Fast klappen. Okay. Äh. Das war natürlich jetzt äh... Besonders schlauer Move. Ich brauche jetzt als nächstes Demonic Wall 2. Das sind 8000. Und... Na. Ja. Und dann 6450 hier. Hm. Ja. Ja. Ein... Lumber Preise gehen ganz schön. Jetzt in die Knie. Aber... Naja. Zwei... Sechs... Vier... Und... 250. Dann kann ich ja... Hm. Kann ich nicht. Ach ja. Ähm. So. Und jetzt kann ich mir den 5000 mehr noch davon einholen. Mmmh. Hm. Hm. 16.000... ..farmers. gold 12.500 es könnte tatsächlich sein dass das lamba hinterher hängt weil ich 500 bekomme 12.000 alle ressourcen nutzen 12.000 12.000 Okay, weiter geht's nicht. Demonic Wall. Jetzt brauche ich einen Whisp. Und den setze ich dann ein mit erstmal wahrscheinlich Gonyx. 32 und 250. Dann machen wir mal das. Haben dann, was, 29.000. Damit kann ich mir so einen Kerl holen. Da auf den Baum. Dann sollte mir die Scheiße nur so zufliegen. Trader 3, okay. Ach Gott. Weißt du, da hast du die ganze Zeit keine Action. Bis auf den Anfang. Äh. Was willst du machen? Oh, was ist jetzt mit dem? Oh, was ist jetzt mit dem, was ist 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 mit dem, so was hatten wir noch in meiner arcade da hatte ich ja noch an library for the king bacon fire ach warum nicht spielen wir in game auto chess lang her lange her dass ich das die spiele ich gehe mal davon aus dass alle akzeptieren das war doch das eine event was man da nicht mitbekommen habe ich gut war naja das sollte sehen wir in der zwischenzeitung machen können heute angucken die so viel rgb haben dass du kotzen kannst können wir mal sehen die eventuell die features hat die ich brauche auf jeden fall mal hingucken dass wirklich so die maus wäre die ich brauche so so mal sehen du siehst tatsächlich so aus, weil ich Gidware warte tatsächlich ich log mal das hier warte Zeit wann first to terminate the game early ah 2 x 8 ah das denn what the mein mein trommelfell was soll das oh der gott blutron alter was ich kann mich nicht erinnern dass das jemals so okay das sind meine effekte choose your size okay re-roll nein wo ist mein da das ist verwirrend mega creeps has mana gained by dealing damage für für tinker echt geil blöckstern blöckstern magic äh ich darf aber drei hinsetzen keine Ahnung ich darf aber drei hinsetzen keine Ahnung Nein, du sollst da... Ich wollte nur... Warrior Essence Goblin. Okay. Alpha Tree. Es gibt noch eine dritte Runde? What the heck? Seit wann gibt es denn die? Warum hat der... Acht Dollar sind Punkte. Das waren drei. Mana gained by dealing damage. Oh. Hä? Nope. Super-sir-sir-was? Ah. Ah. Der ist... Warte, was hat der für... Hunter. Dwarf. Hm. Oh, warte, ist einer zu viel. Ups. Ich kann nicht den Hero-Pieces by Experience. Wow, Mann. Oh, shit. Oh, shit. Ich brauche irgendwas, was tankt. Leck um hier. Oh, shit, Mann. Ich brauche irgendwas, was tankt. Troll-Bowling, Orc-Sharmon, Biesel, Elfwagen, what the fuck. Ich brauche, was tankt. Echt? Wo muss man trotzdem machen? Dann lass mich die lieber so aufstellen. Okay. Battle History Ich hab jetzt schon 5, was mehr ist als er hatte Oh shit, die wurden alle auf einen gesetzt Tinker ist OP? Würde ich behaupten? War das echt so? Oh, noch ein Tinker Noch ein Sniper Ein Timbersaw What the heck? Komm, schieb dich deinen Arsch da hin Ich stock der Stufe 2 Ja, ich arbeite... Ah, stimmt, der ist ja auch Goblin Was ist mit Goblins, wenn die... Äh, Dwarfs Äh, Bonus Attack Rage Was? Oh, Regen Oracle ist hinüber Oh, und der kann nicht angreifen, deswegen Okay Mars Was hat der denn für... Oh, ich glaub, der spielt gegen mich Kann das sein? Oh, ich glaub, der ist ein Clockwork, den ich nicht brauche Ein Terabyte, den ich nicht brauche Obwohl Dann kann ich den einfach... Kann ich den... Ah, nee Oh, es reicht noch nicht ganz Okay Schade Aber bist du nicht? Du bist ja doch beide in Mech Und du bist auch in Mech Also... HP and Health Okay Ich glaub, ich geh die Mech Route Ähm Ähm Eine Menge Lockdown Geht auf Lockdown Ja, auch interessant Puh Ähm Alchemist Wollen wir Alchemist tauschen Gegen... Ah Gegen niemanden? Gegen niemanden ist doch eine Variante Leider bekomme ich gerade überhaupt nicht das, was ich unbedingt will Ich würde nämlich gerne noch einen zweiten Tinker zusammensetzen Hm Magic Resistance könnte ich... ... ... ... Gebrauchen Oh, der hat ein Cooldown-Problem tatsächlich Nein Das ist ja geil Warte Kannst du... Ah, ich muss das umsortieren Zumindest eins Weil die Raketen Begeben Dem so viel Damage Das ist ja wiederum ein... ...ääh... 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 Hm... Warte Oh, die zwei sind... Ach ne... Kommt ...ääh... 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 Also ich hab echt noch nicht verloren Das ist echt... ...ääh... ...ääh... ...das finde ich ein bisschen... Hm... Ich mein, es ist cool und alles, aber... Guck mal, noch ein Grimstroke Das ist nur ein Canvass... ...wartet auf meine Brücke Ansonsten... ...ääh... ...ich... ...meiß nicht... ...meiß nicht schon noch... ...krieg ich... ...ääh... 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 ...ah... ...kann ne Ahnung... ...also ich glaub... ...abnehmen kann ich's ihm nicht... ...außer wenn ich ihn... ...verkaufe... ...also... ...Bolems... ...au... ...er ist demonic... ...nice... ...Cooldown-Problem... ...au... ...nice... ...Magic Resistance to Target... ...Attack Damage... ...ooooh... ...Attack Damage... ...Attack Speed... ...damit würde ich... ...also das geht auf jeden Fall an den Tinker... ...und... ...Attack Damage und Attack Speed... ...würde ich... ...behaupten geht... ...an den hier... ...Reroll Pieces... ...bringt mir nix, ne... ...ich hab... ...im Ernst... ...ich hab... ...mit dem... ...Reroll... ...äh... ...das ist so ne Verschwendung eigentlich... ...jedes Mal... ...er hat immer noch nur fünf... ...er hat immer noch nur fünf... ...wow... ...ja... ...cool... ...ein Problem halten... ...ne... ...ja... ...jetzt muss ich noch abwarten... ...dass ich... ...ah... ...ja... ...Blödsinn... ...äh... ...äh... ...ich... ...meinen... ... 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 Ich bin gerade voll am Gewinnen. Oh, da ist ein Silence dabei. Ich gehe in der Suppenseppel. Würde ich gerne noch mal antreten, aber... Hm. Tango. Ey, ich weiß nicht. Medusa, DK, Lycan, Bounty, bringt mir ja alles nichts. Keine Ahnung. Irgendwie... Keine Ahnung. Was soll's. Oh, das könnte übel werden. Oh, boy. Ich bin traurig, dass Zink ja immer noch so OP ist. Ein... Ich bin Risret, don't touch me! Noch ein Reroll, dann war's das. Sonst... Einfach noch mehr in den Weg stellen. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Oh. 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 Das... Das gefällt mir ja mal gar nicht. Was? 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 Na gut, meine Ahnung. Warte, das war dieser Trauriger? Den hab ich die Einzeit besiegt. Warum hat der jetzt nicht weggekriegt? Warum hat der jetzt nicht weggekriegt? Muss ich mich verarschen? Und ich... Ah, zweiter Tinker. Warum nicht? Ähm... Eine weitere Mescheinheit? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Yes! Man muss ja auch mal Glück haben, ne? Der kriegt ja so schnell fliehen. Oh. Der kriegt ja so schnell fliehen. Oh. Der kriegt ja so viel mehr Mana. Der muss immer noch seine erste Salva abfeuern. Attack Damage, Attack Damage, Magic Resistance to Target. Hey. J- Hmm. M Maximus. Magical Resistance. Target. Ich weiß echt nicht. Nehmen wir den. Geben ihm noch. Dann ist er bei... Oh ja. Oh ja. 30, 60% Magic Resistance beim Target Minus. Komm, auf. Einmal noch. Oh, Tango. Oh, randomly 10 health. Ich brauch... Ich brauchte 2. Keine 10. Hm. Au, mein Ohr. Ähm... Ja, gib mir noch den... den Sniper. Oh, ich hatte einen zu wenig auf dem Feld. Das ist doch interessant. Dann... Nein, du... 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 Dahin... Jetzt, äh... Du dahin... Ist das eigentlich eine Aura? Ah. Whatever. Ja, ich glaub, ich hab gewonnen. Ich glaub, ich hab gewonnen. Ähm... Hm. 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 Elfer. Sollten mich mal zurückhaben. Die haben 60. Und... Upgraden jetzt. Oh, der ist immer noch... Hm. Wer... Wer... Wer bist du eigentlich? Ich hab noch nicht mal eine Ahnung, wer das ist. Äh... Ah, whatever. Der hat 2 Mars. Das ist bestimmt nicht so einfach zu besiegen. Heim. Werden wir sehen, wie einfach der ist. Oh. Okay. Ich hab... es ist ja auch acht wo ist heim überhaupt heim ist hier ist level 8 ich bin auch ich bin level 8 heim ist level 8 sonst niemand ok meinetwegen ich bräuchte halt jetzt noch mal meine siegeserie die ein bisschen weiter fortgesetzt mit mehr gold mal gucken noch ein sniper vielleicht mehr ich wäre traurig wenn ich gegen den gewinnen würde kombination guck mal du kannst ihm eine kaya zusammensetzen auch interessant per zufall getan gut spart platz im inventor im inventar also da soll zwei ich meine noch habe ich keine probleme dass ich irgendwo sagen würde ich muss noch mal oder mein level steigern heim hat schon wieder verloren ah und ich bin immer noch unranked mal sehen hellbears ah da war ja wolf bei denen krone i'll paint this mana gained by dealing damage hmm hmm manches max hp magic resistance max hp time magic resistance an sich oh und ich bin ein glücklich ich starte ich meine tink aus aus oh meine ich fester target mit bei den kampf das ist natürlich nette kombination jetzt habe ich den scheiß dagon instant benutzt Was the heck? Wow. Okay. Meinetwegen. Wie war's mit... Warte, jetzt muss ich gucken. Hat es Sniper schon? Nein, das kann ich natürlich nicht sehen. Sniper wäre natürlich auch noch eine... Aber ich glaube, der hier... Ich hätte Alchemist den Kross aufgegeben. Ja. Ich hätte einen Tidehunter im Angebot. Guck mal, ich tausche einen Tide gegen einen Grimm. Wie ist es damit? So. Ah, der hat... Der hat noch Angriffsdamage extra. Okay. Oh mein Gott. Das war nicht gut. Wiener hat... Instant den Stärksten rausgenommen, den ich hatte. What the fuck? What the fuck? Der kam gar nicht dazu, irgendwas an Dämmig zu machen. Ich... Ich muss den tauschen. Und... Ah, ich geh mal stark auf die Neuen zu. Wenn jetzt keine Dina dabei ist, die meinen ersten Tinker rausnimmt... Dann bin ich okay damit. Oh-oh. Wow. 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 Ich hab ehrlich keinen Nice Nice Oh der ist direkt weg What Man was zur Hölle What Ja man Alchemist Reroll 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 Man kann nur hoffen dass ich einfach mit dem Tinker mit dem ich jetzt so viel investiert hab Oh ok es sind nur die zwei Alles klar Staff Staff of Wizardry Magic's resistance to target Ähm Scheiß drauf Äh Nein Du gehst da hin Du gehst da hin und du da hin Ja Toch Ja 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 Sir Francis Jees Ja 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 Komm schon, hau sie raus. Ich brauche halt jetzt irgendwo Frontline, sonst... Ich brauche halt jetzt irgendwo eine Möglichkeit, dass ich noch ein Timbersaw, weißt du was, hole ich mir noch ein Lich und dann habe ich keine Chance mehr irgendwas zu machen. Ich muss einfach drauf hoffen, dass ich das hinkriege. Diese Stunts! Diese Stunts und der Lockdown, ich werde nicht mehr, Mann. Da, so gut gelaufen. Wobei die sind jetzt fast raus. Oh komm schon, ich brauche nur noch... Ja, keine Ahnung, ich brauche einen Sniper, ich brauche einen Lich, einen Alchemist, zwei Tinker. Damals! Oh shit! Ich glaube, ich verliere eventuell wieder... Nein, die können nicht angreifen! Oh, Sniper ist diesmal nur gestorben. Komm schon, Abklingzeit! Oh mein Gott! Schmeckt echt 15%! Oh mein Gott! Live-Steal! 15% live! Fuck me! Oh, ne der... Oh, der hat jetzt auch einen... Okay. Ah... Einen Tinker brauche ich noch. Einen Tinker brauche ich noch, verdammte Scheiße! ...Mass sie noch nicht. Warte, der ist doch bis jetzt echt... Boahhhhhh, okay! Oh shit! Oh shit! Das tut weh! Und ich habe ne volle Bank und ich kann nichts machen. Aber der Sniper hat da einmal... Ich verdorne, es steht 1-1 zwischen uns. Ärgerlich. Wenn ich es vor... Kann ich ein Clockwork zusammensetzen? Nein, leider nicht. Oh mein Gott! Irgendwie muss ich ja den Schützen vor den Angriffen, weil dann wird Lich wahrscheinlich als erstes ausradiert von dann. Clock. Magic Resistance. Wow. Shit. Oh. Boydstone und Platon. Warum? Was? Uh. Man geht bei dir in Damage. Armour. Magic Resistance. Uh. Yes. Armour. Magic Resistance. Und man geht bei... Ja. Okay. Ah. Von mir ist es. Okay. Gut. Ich bräuchte einen, einen verfluchten Tinker und dann bräuchte ich einen Ersatzung für den. Hm. Hm. Zwei Prozent. Zwei Prozent. Siebzehn. Traurigen Affen. Ja. Ja. Ich hab's immer lebt. Ich hab's immer lebt. Ja. Ich würde ihn in die Eier drehen. Wie sonst was. Aber... vor allem in einer Tinker ist sowas ziemlich heftig. Oder zählen die zusammen? Vermutlich zählen die zusammen. Ja. 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 Äh. Ja. 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 Ich hab's ja hzzchen und sie gehen. Möhe. Nein. Ich kann was geben. Nein. Ich bin die beiden. Ja. 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 Ein Blightstone. Ich hab' gar nichts geguckt, ob ich was hab' WTF, was ist denn das denn für gecretz? Yo, ist gut, fach die cretz aus. Gibt's ja nicht. Leck mich doch am Ärmel. Gut, ich kenn' mich halt auch gar nicht mehr mit dem Spiel aus. Gib mir einen Tinker, ich brauch' keine Drecktaske, ich brauch' einen. Aber du kriegst auch keinen Tinker mehr. Obwohl ich könnte... Aber ich hab' keinen 2.3, das ist super. Schade. Aber nicht so schlimm wie vorher. Alle haben verloren. Alles klar. Ach, weißt du was. Ich hab' keine Ahnung, jetzt brauch' ich noch einen Sitz, um so auf den Platz zu stellen, nachdem mein Tinker jetzt... ...absolute Härte ist... ...absolute Härte ist. ...absolute Härte ist... ...absolute Härte ist... ...absolute Härte ist... ...absolute Härte ist... Ich werde Tinker gehen sobald. Wird zureckn... ...bei... io es war oder ich� das bitte ich in der Ich bin der Tod der Winter! Ich bin Rizrat, mach mich! Einfach nur ein Chimbasaur um die Angriffe nach hinten abzufangen. 2, 1, und raus damit! Siehst du? War wohl mit dem dazu gehen, wahrscheinlich direkt die Entscheidung. Jetzt schützt mir wieder mal ein Grimmscope. Ah, okay. Hm. Noch ein Timbersau. Ich bräuch noch einen. Schade. Ich kenne das noch dabei. Das ist doch unser Leroy. Ob ich überlebt den Geilersatz. Noch. Oder nicht. Alchemist. Alchemist könnte ich nicht überleben. Was sieht's aus? Was sieht's schlecht aus. Final Ranking. Wir werden rein. I know. Eliminate. Ja, das ist gut. Ich habe noch die Anfrage geballert. So. Seasonal Awards. Memory Award. World Top Player. Ach du Scheiße. Age is fest. Okay. Game Reward. Whatever. Candy Store. Ich habe 44. 50. Change. Change. Au. Komm, gib mir mal einen Tod. Gib mir mal einen kleinen Tod. Ah. Ah. Okay. Save. Save. Succession. Ah. Keynotes. Settings. Und. Disconnect. Ah. Was ist League Game? Ah. Was ist mit meinem? Hm.